Gustavsson vs. Pickett in EA Sports UFC Auf Einladung von EA Sports treten die UFC-Profis Alexander Gustavsson und Brad Pickett am Controller gegeneinander an. Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtsklasse entscheiden sich beide Kämpfer in EA Sports UFC für einen beliebigen Charakter. Gustavsson wählt John Jones, hier in roter Hose und Pickett den anwesenden Alexander Gustavsson. Schnell wird deutlich, Pickett hat hier klar die Nase vorn und lässt seinem Gegenüber Gustavsson keine Zeit zum Durchschnaufen. Gehakt, 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 Gehakt! Oh shit! Ja schon, du bist. Oh! Du bist raus! Ich schauze, ich schauze, ich schauze, ich schauze. Ich schauze, ich schauze! Ich schauze! Ich schauze, ich schauze! Am Ende ein deutliches Ergebnis. Technischer K.O. für Jones. One Punch. Brad Pickett gewinnt mit dem virtuellen Gustafsson und holt den EA Sports UFC Sieg locker nach Haus. EA Sports UFC. Ab 18. Juni im Handel. Bestelle jetzt vor und erhalte Bruce Lee direkt zum Start des Spiels. Feel the Fight! ARD Text im Auftrag von Funk